Und jetzt sind wir hier bei der Aktion Flüschtierbefreiung. Na schau, was haben wir denn hier? Das ist ganz schön groß hier und ja, es ist auch gut besucht hier. Riskettenkarussell. Wir sind schön in Madrid. Loco mal! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das ist ja mal mega! Das ist mal eine ganz andere Aussicht auf den Jetlag. Und da haben wir den Breakdance. Ach, wir haben eine sehr sehr große Klinik. Ich habe eine sehr große Klinik. Wir sehen uns auf den Rupertal. Wir sehen uns in den Rupertal. Das ist der Hammer. Mal gucken, ihr wisst ja? Oh, guck mal, Charles! Das ist Hacksfeld! Wahnsinn! Das ist einfach. Das ist also die Frage. Die Frage werden Sie jetzt an. Die Frage der Ratschner ist. Diese Frage ist eine Frage. Jürgen, ne? Leute, schauen wir, dass man da unten ist. Ja, das war eine super tolle Fahrt hier, klasse! Lass mich fangen an, wir legen los! Ja, das war eine super tolle Fahrt hier, klasse! Ja, das war eine super tolle Fahrt hier, klasse! Ja, das war eine super tolle Fahrt hier, klasse! Ja, das war eine super tolle Fahrt hier, klasse! Ja, das war eine super tolle Fahrt hier, klasse! Ja, das war eine super tolle Fahrt hier, klasse! Ja, das war eine super tolle Fahrt hier! Das war's für heute. 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 Das war's für heute.